Hallo Leute, herzlich willkommen im Part von Seasons After Fall Hi Es ist jetzt ein bisschen länger her, dass ich aufgenommen habe Also halt Seasons After Fall Insgesamt auch aufgenommen Vorne habe ich noch Ach, keine Ahnung Vorne habe ich noch ein bisschen Torte aufgenommen Mit einer bestimmten Person, die ihr auch kennt Was möchte ich jetzt eigentlich machen? Ich bin nicht sicher, was möchte ich machen? Hi Was muss ich machen? Wurde mir irgendwas gesagt? Ich kann mich an den letzten Part nicht mehr erinnern Hört für mich an, es sieht ein bisschen komisch aus bei Seasons After Fall Nein, sorry Ähm Bei Bandicam sieht es ein bisschen komisch aus Weil Bandicam hat sich ja verändert und Ja, Bandicam halt Ähm Okay, so verändere ich nur Boah, das ist einfach, was muss ich tun? Also hier war ich ja schon, ne? Und dann Ähm Sag mich nicht zurück Ah, muss ich nicht Ähm Also So Sieht richtig schön aus Ah Entspanntes Spiel Kannst du mal nicht spielen? Insel Insel Hatte ich hier schon alles gemacht? Ja Ja, dich hatte ich schon aktiviert, um sich also noch irgendwas anderes hier zu tun? Genau hier kann ich nicht lang Genau hier kann ich nicht lang Es sieht so aus, als ob ich dann langen müsste oder später nochmal Ich muss den Herbst aktivieren Ich muss den Herbst aktivieren Das wär Frühlein Ich bin da nicht ganz sicher Ich bin da nicht ganz sicher Also hier hinten kommt man schon mal nicht lang Hier ist die Luft, alles richtig Hier geht's nach unten Da kann ich nicht lang, aber auf der anderen Seite kann ich nicht lang Genau Ähm Was Muss ich tun? Genau Ähm Da oben kann ich Also hier müsste ich hoch können Nein Winter müssen wir aktivieren Genau, damit das Teil erst etwas bekommt Wissen wieder hoch springen Zack, da drauf Wenn das aktiviert wird und da rauskommt Genau Hopps Da vorne komme ich hier hoch Was mir das jetzt bringt? Ich hab keine Ahnung Ähm Ich glaube ich geh jetzt mal zurück und geh mal in die andere Richtung Vielleicht ist da auch noch irgendwas per I don't have no Ahnung Ähm Yes What is going on here? Hier hoch Hier hoch Keine gute Idee Jetzt springen Spring mal bitte Danke Denn aktivieren wir Das Test Das, oder? Ja Ja Das stimmt, man muss ja das in die Tasse klicken Hopps Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Entschuldigung Entschuldigung Ich schätze hier oben Oder? Ja Stimmt Herbst aktivieren Jetzt hier hoch Genau Bin ich jetzt wieder zurück? Ich hoffe mal Ich hoffe mal Okay, ist sehr hell, ich aktiviere mal Okay, jetzt kann ich viel besser erkennen Also, hier hinten kann ich nicht durch, oder? Ist das schon aktiviert? Woran erkennt man, dass das aktiviert ist? Oh, wow Genau Ich mag das Geräusch irgendwie Wohin lauf ich gerade? Hier hinten hin scheinbar Ist das der Wald vom Bär? Bin mir nicht ganz sicher Ist das der Wald vom Bär? Knack Ja, ist der Wald vom Bär? Warte, hatte ich den Bären nicht schon wieder aktiviert gehabt? Dass der wieder da ist? War da nicht irgendwas? Okay, Leute, kurzer Cut, dann bin ich wieder drüben So, ich glaube ich... Ja, jetzt bin ich wieder hier So, das macht der schmute Fuchs So, damit ich nichts anfangen kann So Dann gehe ich jetzt mal rüber Pinze Hoch Genau Ich gehe mal hier nach oben Ist das richtig? Weiß ich nicht Zu wem gehe ich gerade? Ist das... Also... Der Vogel... Der... Ah, ich gehe... Zu... Ist das eine Motto gewesen? War das eine Motto? Ich habe schon eine Motto Oh, okay Das ist so atmosphärisch Verdammt! Oh Gott, das war knapp Das habe ich schon gemacht... Genau! Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Musik liebe... Nein! Ah, wie gesagt habe ich halt noch aktiviert... Die letzten Sekunden, wie unfair... So... Ich habe gerade... Ich habe gerade selbst... Keine Ahnung... Wo ist es hier? Okay... Ich gehe mal hier hinten lang... Mal schauen, wo es hinführt... Keine Ahnung... Ich höre Wasser... Ach stimmt... Das kann ich glaube ich auch... Wo ist es drin? Das müsste... Genau! Ähm... Frühling hat es mal Regen... Genau! Und ich bin auch nö... Verdammt! Ich muss da hinten hin, um hoch zu kommen... Also... Um... Ich würde das Wasser ausdrücken damals... Genau! Hopps! Zack! Zack. Oh. Hier sieht es richtig schön aus. Zack. Zack. Wow. Wo entführt mich? Ist das ein Shortcut? Okay, da werde ich jetzt wohl reingehen müssen. So wie es aussieht. Zack. Vielleicht glaube ich, mir wäre nach so einer Fahrt ein bisschen... Oh, hi. Ich gehe hier auch noch. Hm. Was muss ich jetzt machen? Also... Ich sehe schon, ich bin unten da rüber. Aber erstmal... Sommer aktivieren. Genau. Zack, zack, zack. So. Winter. Da drüben. Dann füllt sich das Teil. Was bringt das mir eigentlich? Oh. Ähm. Ich gehe jetzt mal da rüber. Was ist hier drüben? Hm. Das Spiel arbeitet einfach irgendwie ganz schön krass mit Backtracking. Fehlt mir gerade mal so auf. Oh. Oh. Ich folge dem Teil mal. Mal schauen, wo es mich hinführt. Hey. Wann führst du? Hey. Wann führst du? den Schirokko? Den Schirokko? Vier Symbole wurden rundherum eingraviert. Wer auch immer sie gezeichnet hat, wollte die Macht des Steins schwächen. Ich habe diese Symbole schon einmal gesehen. Ich kann Sie Karten hören, die auf einem Ast weiter unten zirpen. Finde sie und beobachte ihr Verhalten. Sie wissen, wie man diese Markierungen vervielfältigen kann. Okay. Okay. Das Geräusch. Das sieht so komisch an. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 3. 4. 7. 11. So, dann werde ich wieder da drüben geführt. So, dann hier. Geht es noch weiter? Okay. Ja, dann tust du nicht. Was muss ich jetzt machen? Ach, da! Hä? Ich verstehe meine Aufgabe hier nicht. Also, was ist jetzt hier hinten? Werden wir jetzt nicht sehen. Dann muss ich den Herbst aktivieren. Hopps, hopps. Da rein. Was ist hier? Hier sind die Zeichen. Also, ich schätze, ich muss die nachmachen. Also, ich fange mal mit der neuen an oder was auch immer das ist. Das wird lustig, das Ganze. Also, was machen die da? Zack. Ich hoffe, ich schätze. Aber es ist das gleiche. Ich glaube, ich bin ein Beispiel. Ich verstehe. Ich bin ein bisschen ein bisschen. Ich stehe. Danke. Und ich weiß, was das eine sehr, 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 sehr gut ist. Ich bin ein bisschen. Ich stehe. Ich stehe. Und ich bin ein bisschen. Ich habe eine neue. Dann habe ich das, was ich habe. Ist das so richtig? War das falsch? Ah, ich bin verwirrt. Oh. Oh, ups. Oder? Oh, ups. Ist das so richtig? Genau. Jetzt nach da oben. Genau, jetzt muss ich darauf hoffen, dass der jetzt genau... Was ist da drauf denn? Ähm. Weißt du jetzt, was ich mache? Wir machen davon einfach gleich ein Screenshot. Äh. Hm. Das sieht richtig schön aus, der Hintergrund. Ach. Genau, hops, hops. So. Okay. Kurzer Cut. So und da geht es jetzt weiter. Ich habe es nur jetzt abfotogra... äh ab?? アP�gu... Ja. So, du hier hin. Ich muss das doch so machen, oder? Oder bin ich... Oder bin ich komplett brain afka? Das war's. Ich hab das Bum. Ich hab das Unde die Magen habe... dabei bin ich auf! Das ist total falsch, oder? Ja. Ich kapiere gerade nicht, was ich hier machen muss. Was? Ähm. Vielleicht nicht, was ich machen muss. Hm. Muss ich hier das Set machen? Aber das sieht einfach aus. So, hier. Geh mal raus, geh nochmal raus. Ähm. Du, das brauch ich genau. So, hier oben. Dann hier unten. Dann. Da hin. Ja. Die Shaffee, ich mach dich. Immer. Ii, ich mach mich. Ich habe keine Scheiße, ich mach dich. Nein, nein, nein! Das wollte ich gar nicht. Gott. So. Jetzt fahrt zurück, bitte. So. Nein, 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 nein! So, hier rauf. Genau. Jetzt hier drauf. Dich fährst genau. Nein, ich will das noch nicht. Danke schön, jetzt bist du aktiviert. So, dann komme ich jetzt hier lang. Jetzt geh wieder da rüber, bitte. Alter. So, jetzt hier rüber. Jetzt hier rüber. Jetzt hier rüber. Hilfe. 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 Wenn ich jetzt hoch gehe und es ist aufgeleuchtet, dann ist alles gut. Ah, hier. Tu mir den Gefallen und leuchte, bitte. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Part. Ciao.